und da sind wir wieder bei der Spray-Dombo-Karty-Trope-Gefrees im letzten Part haben wir wieder auf zwei Level gemacht und jetzt gehen wir mal wieder wieder zu 6.5 Schneeflock Schnee-Lock-Schock Schneeflock-Schock irgendwie so Mako Ah aber man ja Oooo Juhu! Oh mein Gott! Ein Level für Dixie! Äh, keine Ahnung warum ich jetzt grad so leise bin, aber... Weiß nicht ob wir das da sagen, so ob da unten was ist. Nein! Keine Ahnung wie ich auf diese Idee kam. Juhu! Fragt... Nicht! Hä? Hä? Was ist das? Ich will nicht warten! Oh mein Gott! Ah! Hecke Noob! Ganz ehrlich! Double Loop, aber das war extra. Ich denke auf, wo ein secret exit in dieser Welt ist und stelle ich mich bitte nicht so ein. Warum Donkey Kong? Ich hab die Taste gedrückt gelassen, also stelle dich bitte nicht so ein. Mr. Donkey. Okay, das ist ja noch cooler. So tall. Juhu. Juhu. Geduld, ist so schön. Warum sammelst du das oder nicht ein? Bist du irgendwie blöd? Ah, vielleicht schaffen wir einen. Ich sage es so, ich erwarte, dass wir diesen scheiß Bonus hätten. Schrapfen. Ich meine jetzt, kann man sich noch dümmer einstellen? Geil. Geil. So. Kriegt er das oh nicht, die Sonne? Ja, Donkey Kong, du hält dich jetzt gut fest. Es ist zwar ein bisschen kühl, aber du hast ja bisher gepolstert. Juhu. Juhu. Jetzt stehle dich nicht so an. Ja, geht da. Da ist das. Da ist der Checkpoint-Schwein. Und... So geht das heute. Hallo Spiel. Ha. Who knows? I know. Of course I'm super cool and super slow. That was a little joke. From my side. Ma." Thecktra plank. Keep your finger sketch. Doh. You the knock. Where get the money from? Doh. wie. you're going, blotch. Ah be it. toh. FSTRUIK THEMALORksiens, Oh, da. Where am I? Ah, ich bin ziemlich geschwant. Ah, kipp mir die banalen. Kipp mir. Ich krieg es nicht hin. Oh, ich hab das Puzzle. Ich weiß, was da ein Puzzle da ist. Oh, der Typ fett ist. Fett ist der Typ. Das wissen wir alle. Alle. Gut. Ich bitte dich. Ernsthaft. Tja, da guckst du mir heute, ne? Haben wir schon das G? Wo ist der G-Latter? Ah, schade. Aber das Löffel ist mir eigentlich ganz gut gefallen hier, alles gekriegt, dass wir im Falschhaus essen. Super cool. Super cool. Ja. Es geht weiter. Ja. 66-Schatten-Lawinen. Und Schatten-Lawinen wieder. Weil natürlich ziemlich Niese. Niese-Brise-Wiese-Brise-Wiese-Wiese-Diese-Biese-Burg. Ich will das schon relativ begrüßen. Ja, hallo, das sieht ja schon mal sehr nett aus. Sieht alles geil aus. Ich will, ich will nach draußen. Äh, ich mein nach drinnen. Das funktioniert nicht. Ja, Babadou. Also, du bist fett. Das brauchst du mir jetzt nicht nochmal zu erklären. Was man da links rein kann, das. Allerdings schon aufgefallen. Und fett. Und fett. Fett-Siggy ist wieder da. Der hat jetzt mal Glück. Du sollst schon sagen, das ist ... Nice. das gefällt mir schon ob da noch was war und warum setze ich das ein ich hab da einfach so lange nicht mehr eingesetzt da muss ich einfach nur einsetzen lecken sie mich doch abzerkolli ich sage es ihnen jetzt mal ernst auf und ehrlich das finde ich nicht korrekt das geht nicht was sind sie denn vor ein idiot ja woher soll ich denn wissen dass das nicht wieder kommt dann ist superman leck mich doch am zögerli dankeschön ach das das haben wir dann doch klar genug ja das gefällt mir relativ eigentlich relativ sehr gut gefällt mir das level 4 von 5 4 von 4 von 4 von 4 von 4 von 5 4 von 5 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 7 7 7 8 8 8 9 8 10 5 10 9 10 10 10 11 10 11 11 11 ja geiles Level jawohl geiles Level nice, sehr nice von mir gemacht ja ich lobe mich selber ja und dann würde ich sagen hoffentlich habe ich ja ich weiß nicht, ich hoffe wir den Part jetzt so kurz lassen sollen ja ich überleg jetzt mal ich gucke jetzt mal kurz ob hier noch ein Secret Excel ist und sonst sage ich bis zum nächsten Part und ciao wauw 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 Vielen Dank.